Rücksicht, Nachsicht, Vorsicht, Michael und Günther, wie gesagt, Ihnen bekannt als Hoffmann und Hoffmann. Und wir hoffen, dass Sie unserem Siegertitel ganz fest die Daumen drücken am 23. April ab 21 Uhr. Ich kann nicht alleine sein, mit all den ungeklärten Fragen, was haben wir denn beide falsch gemacht? Und dennoch mag ich keine Menschen sehen, das Glück von anderen tut mir noch weh, warum sind wir nicht früher aufgewacht? Wir waren wie verwöhnte Kinder, jeder dachte immer nur an sich. Rücksicht, keiner hat das Wort gekannt. Und Nachsicht, wie keiner bei den anderen fand. Und Vorsicht, das Lied zerbricht, was uns verwahrt. Einsicht, dass jeder seine Fehler hat. Und Weitsicht, das Leben findet nicht nur heute statt. Und Vorsicht, dass man den anderen nicht zerbricht. Waren wir wirklich nur vor Liebe blind? Oder einfach zu bequem? Haben wir denn nicht gemerkt, was uns noch fehlt? Vielleicht ging alles für uns viel zu schnell. Verband uns wirklich nur die Nacht. Wussten wir nicht, dass der Tag genauso zählt? Fehlte uns die Kraft, uns zu vertrauen. Auf Wiedersehen, war es Angst vor ehrlichen Gefühlen. Rücksicht, keiner hat das Wort gekannt. Und Nachsicht, wie keiner bei den anderen fand. Und Vorsicht, das Lied zerbricht, was uns verwahrt. Einsicht, dass jeder seine Fehler hat. Und Weitsicht, das Leben findet nicht nur heute statt. Und Vorsicht, dass man den anderen nicht zerbricht. Das für viele Menschen, die nicht zu verraten, dann den anderenolutions fällen, zu verraten, dann das Leben der Zeit. Vielen Dank.